Okay, dann würde ich sagen, sind wir offiziell in the weird part of the night? Louis Cole, take it away. Take it away. Willkommen, we have fun of the night. Das erste Spiel für heute Abend ist eine Demo zu einem Videospiel, was noch in der Entwicklung ist. Das nennt sich Ten Dead Doves. Und ich will nicht mal sagen, dass das ein quintessentielles Weird Game ist, aber es geht schon stark in die Richtung. Ich glaube, es ist ein guter Einstieg hier zu diesem Freund. Ich packe mich ja wieder hier rüber und flippe mich mal. Flipp. Gut. Mal gucken. Ich habe es von einem YouTuber, dessen Videospiel-Reviews ich sehr mag, namentlich... Okay. I'm gone, I'm gone, I'm gone, I'm gone to bed. The fuck habe ich gerade gehört? Okay. Okay. Einen YouTuber, dessen Videospiel-Reviews mir sehr gefallen, namentlich Grimbeard, hat da mal reingeguckt und hat gesagt, das wäre gut. Das hat mir gereicht, ehrlich gesagt. Musik, yes. Musik-Volume, Effects-Volume, Dialog-Volume, yes. Liebe, ja. Es scheint mehr story-driven zu sein. Keine Ahnung. Es sieht fucking weird aus. Let's go. It's the weird part of the night. Yeah. Hi. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Oh, ja. Gut. Aha. Press W to move forward and S to... Oh. 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 Tank-Controls. Alright. Du, aber da keine Chance. Äh. Fucking. Zauber. Einfach OP. Wer zum Schach geht. Das ist sogar, soweit ich weiß, naja, die verbreitete Metapher des Schachs gegen Taubenspielen, glaube ich. Die Oma. Ah. Okay. Na ja, Oma. Na? Oh. Oh, mein Lord. Meine, meine Indie-Game-Sensoren klingeln extrem. Das ist so künstlerisch wertvoll. Das ist schwarz-weiß, Chat. Oh. The fuck? Press Shift to sprint. Oh. Nein. Ich soll sprinten. Irgendwas böses. Wir hatten da aufs Keyboard gekotzt, ey. Ich komme zur Kunst. The Game. Hör mal. Es ist schwarz-weiß. Es kommen Cthulhu-Buchstabensalat-Geschichten. Oh. Und wir sollen rennen. Es ist quasi die perfekte Mischung aus Horror-Game und Kunst. Oh. Und jetzt sind wir in Valheim anscheinend. Ah. Alan Wake, bist du es? Mr. Scratch? Geh da nicht rein? Zu spät? I'm sorry. Ja. Es ist einfach Alan Wake 3. Sir, hab ich grad gesehen, ey. Äh. Hey, Slick, look. Oh. Oh. Okay. Take. Press Tab for inventory. Schlü. Abgefahren. Question mark. Hm. Tessa. Alan. 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 Okay. Ich komm nicht zu ihm. Oder es ist vielleicht einfach David Lynch. Man weiß es nicht. Oh. Slenderman? In seinem... In seinem... Was nicht? Dschungel-Erkundungs-Outfit. Ich geh. Bye. Die Gesichter. Oh, das ist... Spy vs. Spy. Okay. Let me know when your tongue is done spelunking my van's cup holder. I need you to navigate for it. I feel like death. Yeah. And you look like it too. Okay. Was an Intro, ey. My legs feel like a damn pretzel. Speaking of, we should probably start up. Großer Fan von der Grafik. Also... Gut, dass meine Audio-Anstellung komplett resetet wurden. Äh... Und dass es trotzdem noch verhältnismäßig leise irgendwie ist. Ist es auf... Ist es voll aufgedreht? Ist es voll aufgedreht? Hm. Äh, merkt es schon. Woher will ich dir diese Direktionen geben? Äh, äh, äh... Magician never reveals their secrets. Neither does the Zodiac Killer. Ich bin sicher... ...unster kauf... Ich bin sicherlich auch Albträume jetzt. Aber nicht so... ...die sehen halt so aus. Kann auch nichts dafür. So kann man erstens sich morgens... ...wenn der erste Kaffee... ...mich ins Wachsein zurückzwingt. Miles, Miles Janky car Look Das hat einfach Kanten vorne An dem er sich Die Puls an und aufschnitzen kann Lotto sign Play here Lobster state lotto Da steht echt lobster state Ich dachte ich wäre lustig Nämlich das random vorlese Das steht da wirklich Nicht alles hat hier irgendeinen tieferen Sinn Life is strange alpha version Hey Mark Hell's door is knocking Keys are on the rack Paying customers only Oh The stomach is eating itself Yeah we're pumped too Aren't you guys a rest stop Who makes a man pay for a bathroom Don't forget the gas erupt Oh we are way past that point Hat ein sehr spezielles Humor das Spiel Es hat ein sehr spezielles alles das Spiel Ja Look Wax mix These always get stuck in my teeth Wax mix Tritinal Wax nüsse Ne ne danke Sehr leise Dialoge stellenweise Ich hab's einfach schon auf Maximum aufgedreht Wie ich nur kann Da's ein Alufolie eingewechselt ist Das würde ich wahrscheinlich eher zu nein tendieren Ah Newspaper clipping New journal entry Humble helps confirms the oldest known planet NASA is confirmed today the discovery of the universe's oldest known exoplanet PSR B1620-26B Nicknames Methuleser Irgendwas in Richtung The celestial body is believed to be about 1.27 billion years old and located approximately 12.400 light years from earth Planeten sind unterschiedlich alt Zeit ist relativ Und Der Urknall ist von mancher alt ein bisschen später passiert, von mancher ein bisschen früher The new Hubble findings close a decade of speculation and debate as to the true nature of this ancient planet which takes a century to complete each orbit The planet is 2.5 times the mass of Jupiter The story of its planet's discovery began in 1988 when the pulsar called PSR bla 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 was discovered in M4 It is a neutron star spinning just under 100 times per second Okay And emitting regular radio pulses like a lighthouse beam Our Hubble measures offers tantalizing evidence that the planet formation processes are quite robust And efficient at making use of a small amount of heavy elements This implies the planet formation happened very early in the universe Says brr-r-r-r-r-r-r-r of Pennsylvania State Universe State College Aber ich hab auch keine Ahnung Also so das ist die Grundidee das das Big Bang Achso Ist mir halt auch so bewusst Aber wann jetzt aus Bumm Planeten wurden Gute Frage Leonard's Crunch the Resolute Retributes Fred's Pizza and Subs Leonard's and Cranex Jack-Offs 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 Weiß nicht ob ich jetzt mir Unbedingt Beef Jerky kaufen würde Was Jack-Off heißt Aber weißt du was Wat... Wat weiß ich schon I don't have to have a souvenir on the way back The trail is out here Are we there yet? Nee, Biden ist so meins. Hi. Miles? Look. You. Miles. Dein sexy Unterhemd hat es mir einfach angetan. Uh, just need supplies. We're on a mission. Um, vaguely. Okay. Bring it to the register. Okay. Äh. Was will ich denn? Da. Warme Cola. Man wollte keine... Locker. 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 Yes. Tick. Das nehmen wir. Die nehmen wir nicht. Doch nehmen wir auch, glaube ich. Ähm. Reicht es? Sure. Register. Check out. Oder? Wollen wir noch irgendwas anderes? Wollen wir eine Postkarte kaufen? Ist das eine Option? Ich muss ein Souvenir auf dem Weg zurück haben. Nee. Ja. Ich muss ein Souvenir auf dem Weg zurück. Ja, ja. Nee, 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 nee. Da hast du das alte Problem. Das war eine rechte Maustaste. Sehr übereifrig. Ah, Jerky. Die most expensive of life's fights. Nehmen wir auch. Komm. Jerky's, Cola. Und ein Hotdog. Einen alten. Eingewickelten. 50-50 Chance on this being fresher, man. Yes. Good. Das ist unser Einkauf für heute. Äh. So ein Aluminium eingewickelt. Doch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es noch etwas anderes sollte ich bekommen. Nein, ich bin bereit. Ich weiß nicht, ob es noch ein Aluminium gibt. Du weißt, dass die Fenster da ist für eine Reise. Geh nicht etwas lernen, das du nicht vergessen kannst. Oh mein Gott. Da war ein Fahndungspost. Da war ein Fahndungspost. B-How do you break something like that? Like a butcher knife. Hanging over my neck. I wonder what it took to get those guardrails up here. That's a bit morbid, Sean. You know what I meant. The guys who built that shit. The Valley Authority. Alright, Tone it down a bit. And the Tennessee Valley Authority handles power. In Tennessee. Charlie's not here, man. Why do you care? Some old bones in the 30s probably built those. Just watch where you're going. Trust him about as far as I can throw him. Did you know that in Utah you can drink soda but you can't drink tea? Just don't swear around my daughter. I'm not a Mormon. What the fuck? Dialogues in. That doesn't sound good. Top notch. What, your old rustbox stopped working? No. The tank says E. You guess? Great. I guess we better start walking. The daylight's almost gone. Sean, we graduated from the Paleolithic era long ago. Whoa, look at the big man with his Webster dictionary. At least I know how to S-T-O-P. I can read, dude. Sean, what is the first rule of hiking? Kill everyone you meet? Stay put. Not the first rule of hiking. I mean when you're lost. I don't see how that's relevant. This is how people die, you know? Are you a dieer? You can wait in the car if you're scared. Okay. Wir warten im Auto. Sind wir da drin gefahren? Sit. Okay. Guck dir seinen fucking Gesichtsausdruck an. Der Mann hat in seinem Leben schon Zeug erlebt. Soll der Depp, der nicht tanken, kann auch laufen. Ich glaub nicht, dass er Benzin holen geht. Und, Bruder, was hast du erlebt, dass deine Augen so tot und so leer sind? Ich kann von hier aus durch seine Pupillen bis in die Seele reingucken. Und es ist einfach wie so eine leere alte Aldi-Plastiktüte und sonst nix. Okay, ich geh. Sean's old junker. Cheap but easy. Okay. Press F to use the flashlight. Hast ja bald geschafft, Kollege. Ich sehe, dass du mich auf meinem Todmarche mitgekommen hast. Willst du vorne sein? Good idea. Ich werde dir alle Rechte für dich schicken. Nee, du bist paranoid. Unless du irgendwie eine andere, Sean, ich denke, ich bin besser safe. Sorry. Trash. Nehmen wir Müll mit? Das ist ja eine gute Einstellung. Wenn wir schon sterben, mitten in der Pampa, irgendwo am Arsch der Welt, kurz bevor die Sonne untergeht oder auch während sie untergeht oder nachdem sie untergegangen ist, können wir wenigstens so Müll mitnehmen. Und dann. Du wirst nicht even walk in the right way. Left side of the road against traffic. What? You want me to stroll or two? That's a great mental image. Goo, goo, ga, ga. Bitch. So jeder dritte Satz ist einfach, hat einfach keinen Kontext zum Rest, was gesagt wird. Es ist schon lange, wenn meine Ears poppelt wie das. Das ist das, Spirit. Let die Winde carry you through the mountains. Ant Farm oder Bust. Give me Ant Farm oder give me Death. Knock on wood. Imagine the fanfare. Sean and Mark, rugged mountain MacGyvers. The ladies will love it. What, gonna get your first kiss? Low blow, Stetson? Middle school's a bitch. How fantastic is Samtastic Farms, the haircutting man, this fantastic? The fuck? We will buy you a pound. LB ist, glaube ich, ein Pound, oder? Oh, eine Gewichtshanheit ist das. Of choice steak to try your choice services. This coupon worth $2.75 on any of your choice hairstyles. Okay. Okay, 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 okay. Ist das ein Friseur, der auch Steak verkauft? Klassische Kombo. Es geht da hoch, aber da liegt noch Müll. Die haben jetzt noch mehr Müll mit. Einfach nur das Prinzip. Tech. Ist das hier oben? Trash. 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 Ist das immer mein Inventar als alles? Ah, quasi. Trash. What a good Samaritan. Samaritan. You've picked up approximately six pieces of trash, give or take. Good. World of Mystery. The Pelican Ant Mill by George Cunningham Sokoloff. Some months ago, I detailed the report of a missing teenager in the deep forest zone of the eastern Alapachia, which had been motivated by a particularly puzzling set of photos from a reader in Pennsylvania. The article, while unknowingly peppered with inaccuracies and hearsay, of which I apologize to my readers for, did generate a substantial amount of interest from the local backtracking community. In response, I received letters, charts, and even strong-worded warnings about an unexplained concrete structure, supposedly tucked in the deepest woods and jutting from the mountain cliffs, a monument whose hallways and paths spiral endlessly from a single point. Its place in local town lore has given it somewhat of an urban legend status and the theories on its origin and purpose vary wildly. Such examples given as a hotbed of extraterrestrial life, a permanent CIA black site, a place where the law of man and nature ceased to apply, a headquarters for various secret cabals, leaders, politicians, and prophets, a place where all dreams come true, an entrance to the underworld, and most interestingly of all, a failed water park, whose owners scammed the local city council into funding an impossible dream and bailed once the check cleared. Regardless, the structure, endless paths, and the death spiral discussions has resulted in it being given the quiet colloquial name The Antfar. Also danach, ja, okay, yes, yes, danach suchen wir nach irgendeinem abgefahrenen, einer Struktur im Wald und einem Gebäude, irgendein verlassenes ein Tempel, ein, 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 ein irgendwas. Ein lost place. Three miles to go? I'm not walking three miles. I'm cutting through the woods. Do you have a drop of common sense in your body? No, but I have legs that are faster than yours. Ja, dann gehen wir da lang? Wir gehen jetzt da lang, glaube ich. Wir gehen, wird schon gut gehen. Wir gehen einfach durch den Wald, wir folgen dem Weg. Thanks for doing this, Sean. I always meant to hike up here. Well, above all else, I'm a promise keeper. Mm-hmm. Also... Das ist ein fucking Gesicht, ey. Nachdem die Trittleiter umgefallen ist, ist es eigentlich, ist es auch zu spät jetzt. Alarm? Wie viele Kilometer haben wir gespart, indem wir einfach hier einen Meter durch den Wald gelaufen sind? Ja, da geht es nicht weiter, oder? Warum ist ein Pulli eigentlich so gewählt? Können wir darüber mal ganz kurz reden? Gib mal einen Kuss. Auf seinem Rucksack ist auch... Ist da irgendwas? Warte mal, kannst du mal gerade einen Rucksack so ein bisschen in die Kamera halten, Kollege? Komm her, komm her, komm her. Oh Gott, wo bin ich gerade? Help. Oh oh. Okay. Ja, perfekt. Hey, es ist einfach nur eine fotorealistische... Ähm... Darstellung von einem Lederhucksack, einem sehr alten. Das sah ein bisschen aus wie ein Gesicht. Hey, ich sehe Gesichter, wo keine... Sind. Auf meinem Mund. Welches... Okay. Cherrycan, cool... Ähm... Welches Auto? Aus welchem Auto? Wenn ich fragen darf? Drainpipe. Schau. Ich bete dir 10 Dollar, um deine Kopf in das Ding zu setzen. Warum schaue ich so desperrlich? Mach's, steck den Kopf rein. Steck den Kopf rein. Okay. Für 10 Zacken. Easy. Yeah. Manchmal klingt der eine Lud ein bisschen wie der junge Keanu Reeves. Nicht so überspitzt, aber von der Stimme her so ein bisschen. Da ist noch Müll. Trash. 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 Das ist eine Riesenschuhsohle? Ah ne, es ist ein... Was ist das? Ach, das ist... Oh. Mann, jetzt ist das... Das war das Dach von dem Alten. Das ist... Das war das Dach von dem Alten. Okay. So. Der Pump wurde in der Hölle. Wir besser machen das schnell. Ich hoffe die... Warte, wir sind wieder bei Miles, Miles. Ich dachte wir wären jetzt irgendwie random bei einem anderen gelandet. Hä? Ja, irgendwas... Also... Ich hab so... Ich hör irgendwas im Hintergrund. Ich hör irgendwas im Hintergrund. If I'm not back in 10 Minuten... Come find me. Well, we can't phone for help if there's no power. Aber das Come find me is ne anderen Schrift... Und mit dem anderen Stift... Gemalt. Also irgendwie... Ah! Da ist das Warned Poster von eben. The fuck? Moment, ich muss das Warned Poster lesen. Warned. Murder. Attempted Murder. Interstate Travel. Hamburger Dough. Crime... Son... Son... Crime Scene Note. The Hamburger Dough Killer. The Hamburger Dough Killer. Is an unknown adult male of large stature and reported strength. Wanted for the cruel and animalistic murders of several young bikers or hikers along the Aplegian Trail from 1987... Äh... 70... No... 1987... To 1998. Refrain from hitchhiking and stay within the pre-approved trails. Hey Shizu! Ne. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Ich, äh... Your job right or wrong? Was ist so alles passiert? In den letzten acht Minuten, ey. Was geht ab? Ich mein, guck dir das an. Ich mein, guck's dir an. Irgendwas ist hier passiert. Ich trau der Sache nicht. Eisbox. If Eis was in there, it's melted now. Shit. Nichts Eis. Nichts Eis. Schiit. Nichts Eis. Nichts Eis. Schiit. Backdoor. Shit. Ich hoffe, ich hoffe, die Dialoge sind nicht zu leise für euch. Aber ich habe das Game so laut gemacht. Wie geht's? Mehr laut ist nicht. Da ist doch auch Trash. Das nehmen wir nicht mit, okay. Weiß nicht. Mach so ein Kompressor auf eure Stimmen vielleicht. Mh? So, Audio-Balancing ist schwer, ich weiß. Also ist kein Scherz. Dinge sinnvoll, gleich laut zu halten. Ja. Ist in der Tat nicht so einfach, aber wir haben es schon ein bisschen abgefuckt, muss man sagen. Also das Okay, ich will mal checken, was hier ist. Ich glaube, der Schlüssel war eher dann für für in der Ja. Ja. Für in der Tankstelle. Backroom keys. Ki, 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 ki. Ki, 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 ki. Ki, 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 ki. Ki, 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 ki. Oh, sorry, I got distracted. I am a sucker for a bunch of keys being jangled in front of my face. Ja, damit. Äh, das ist wunderbar. Das ist einfach... Irgendwo zwischen Twin Peaks und Ryan Stimpy. Und das ist genau mein Vibe. Backdoor. Nice. Radio-Microphone-Register. Ach, sind wir hier? Sprich laut und deutlich, Kollege. Gebt mir diese Macht nicht. Okay, es wird nicht schneller, wenn man schneller klickt. Ah. Giant Key. Ganz key. Bruh, lauter. Generator. Ich denke, das ist mit dem Schatten. Okay, das ist echt ganz schwer zu hören. Aber Untertitel, ne? Ihr könnt grob nachvollziehen, was passiert, hoffe ich doch mal. Was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Holzstruktur und... diese schwarze Farbe, Blut. Ah. What is that? Ich meine, dieser... Ach, ist das eine Glasscheibe dazwischen? Dann ist das Holzstruktur-Dings hier, ist klar. Das ist quasi... die Öffnung zwischen... Bruh, was? Wirklich? Wirklich? Ist das der richtige Augenblick für solche Scherze? Okay, das geht mit dem Schlüssel nicht auf. Weil ich dachte, vielleicht geht das auch auf mit dem Key, den wir gerade eben gefunden haben. Da ist doch noch Trash. Hieb ihn auf. Okay. Der Boy kann auch so drei Sekunden sprinten, bevor er einfach out of... Sprint Juice ist. Ja, ich brauche keine Hilfe da drinnen. Das ist in der Beste Ordnung. Look. We can make... We can... We can... We can make... We can... What? We can make a dream come true. We can make a dreams 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 come true. Mein Traum wäre ehrlich gesagt, dass das Game ein bisschen besseres, lauteres Voice-Acting hätte. Sorry. This whole time, the... Was? Antfarm, wall, walls. Was ist das nochmal bitte? Antfarm, walls, wall? Oh, ich kann grob erkennen, was es darstellen soll, nicht so wirklich. Äh, Trash. Hm. Oh, no. Oh, ich wusste, das ist passiert, ich wusste, ich wusste. I hate it. No. Make it stop. Ich hasse diese Puzzle. Wie die Pest. Oh. Der vermeint? Big Brain Moment! Hm. Das hat irgendwas kein Saft mehr oder irgendwas anders hat jetzt Saft. Oder? Okay. Schau. Cool. Das nehmen wir nicht mit, okay. Winterleaf-Fant ist kein Saft mehr, okay. Was soll mal das heißt? Was haben diese Flaschen da und Bildschirm in der Textur? So, dem Spiel macht allgemein relativ wenig irgendeinen Sinn, aber... E-Liz macht gar keinen Sinn. Wir hatten ein Map, es hat hier allgemein gewesen. Holy shit! Ja, das war komisch. Äh, hm. Ha. War das so ein Jumpscare-Moment? Hätte ich da... Hätte ich da irgendwie so... Machen müssen? Ich bin in dem ganzen Horror-Game-Ding noch relativ neu. Macht man das so? Ja, das ist so... Oh. Okay. Halbe Schlendermit hinter mir her! Nääääääääää... Grüц! Heubauleiter Und so wurde wurden unsere beiden protagonisten getrennt Das ist wieder spy versus spy man Keep your voice down What are you trying to do get me killed How long was I out? A while Burnt my hand still Damn Valley Authority I think it's gone You think now? Yeah, I do This is news to me You know, considering we're Separated by a live current It's electricity Dumbass What am I supposed to do? Fly like a bird and come get you? Son of a What now? There's gotta be another way around Offen was I don't think I'm in it Holy shit This has gotta be the work of hamburger dough Not funny Think about it Two hikers alone in the forest Mysterious happenings I'm going to kick your ass I'm just being honest They have a bit of Silent Hill I think the developers They know Silent Hill I think I'm almost convinced Müll Nicolas Cage And Paul Panzer Right They come in The years So You're the big pants now What next? Did I have a choice? Do I have a choice? Never do Looks like this bitch goes on for a while Whatever it's here for I get it! We're stuck! The fence is either for keeping people outside Or keeping something in You're trying to psych me out? I don't even need to Have you hurt yourself today? BS BS meaning yes Or BS meaning no Just help me out here I'm freezing my ass off Here take old reliable Best shanker this side of the Mississippi Okay Okay I like how that Messer Auf the other part Drauf Schwebts So Okay Shit Wrong The fuck Was hast du das denn geworfen? Bruder, die waren es einfach 20 Meter hoch Wie hast du das denn da hoch geworfen? Wie? Die Kitte, was? Aha John? John! What happened? I fell in a hole Nothing to see here Well shit Aber die beiden sind auch einfach massivst unfähig Das kommt nur dazu Ich höre dass die irgendwie Äh Holztür in der Steinwand? Okay Nicht so dass die irgendwie Wahnsinniges Zeug versuchen No supplies No supplies This is a nightmare The Dolph says Coo 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 Ja, ist ja gut. Ich frage mich, wie ein ganzes Game aussehen würde. In dem Stil. Vielleicht mehr als eine Stunde, den beiden dazuzuhören. Könnte in der Tat interessant werden. Also. Das Game geht schon ziemlich stark auf so einen Vibe zwischen Twin Peaks. Silent Hill vielleicht ein bisschen, aber auch ganz eindeutig in die Comedy-Ecke. Was eine wilde Kombination ist. Also. Sie hat auf Steam. 10 that doves a single-player fixed perspective narrative horror set in the heart of Appalachia. Avoid strange noises, collect life, collect life lines and creep through a forest that seems to hate you. Will you discover why the birds drop dead or leave behind nothing but footprints? Kommt dieses Jahr raus, laut Steam. Ich hab's mal auf der Wishlist. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mal wert im Auge behalten zu werden. Ich weiß halt nicht. Also wenn das fertige Game irgendwie zwei, drei Stunden lang ist und dann so einen Block durchzuspielen ist und die Story halt komprimiert und gut auf den Punkt gebracht ist, kann ich mir das durchaus vorstellen. Die Art von Game über, was nicht, zwölf oder fünfzehn Stunden, wobei, dadurch, dass die Charaktere halt auch sehr lebhaft sind und sehr realistisch, kann ich mir gut vorstellen, dass man die irgendwie auch sehr mögen lernt irgendwann. Mögen? Mögen lernt? Mögen lernt, ja. Ja, das war mein Review zu 10 Dead Doves.